FOMO oder FAT? Das ist aktuell die Frage, respektive die Spitzenfrage auf dem Markt. Aktuell würde ich sagen, wir sind so richtig in der Champions League angelangt, denn es ist mittlerweile kurz vor Abpfiff und wir wissen nicht, wie wird sich das Spiel schlussendlich drehen. Denn aktuell haben wir so viele Markteinflüsse extern, wo man schlecht noch abschätzen kann, ist es jetzt irgendwie bullisch oder ist es eher bärisch. Da kommen Leute wie der Big Short, die sagen, ich habe 90% meiner Aktien verkauft, weil der grosse Crash jetzt erst gerade kommen wird, wie damals bei 2007, 2008 mit dem Immobiliencrash und jetzt soll es wieder soweit sein. Ich bin heute dafür da, euch ein bisschen wieder Licht ins Dunkle zu bringen und ich habe natürlich wieder eine völlige Chartanalyse für euch vorbereitet. Also unbedingt dranbleiben, Daumen geben und ihr kennt das komplette Spiel. Bis gleich. Ja, wir starten natürlich gleich mit dem aktuellen Fear & Greed Index. Der aktuelle Fear & Greed Index liegt bei 30 Punkten. Das ist genau das, was ich gestern gesagt habe. Seid mir da vorsichtig. Wir haben diese bullische Hürde noch lange nicht erreicht. Ich weiß, da draußen gab es viele Leute, die jetzt irgendwie bullisch gestimmt waren. Dann seien wir da immer noch vorsichtig. Wir gehen da immer schön punktuell darauf ein, Leute, dass sie da auf jeden Fall nichts verpassen. Aktuell kommt eine erschreckende Nachricht aus der Ethereum-Blockchain, oder besser gesagt aus der Ethereum-Ecke, Denn eine der grössten Wale, Naruto, hat 1,5 Millionen Ethereum transferiert. Und zwar auf Binance. Und da stellt man sich natürlich jetzt die Frage, was zum Geier will er damit? Will er jetzt diese 1,5 Millionen in einen Trade stecken, weil Merch kommt? Gibt es da gerade aktuell interessante Stacking-Angebote? Meiner Meinung nach nicht. Was ist aktuell gerade los da draussen? Wieso macht er diese Transaktion? Man weiss ja, da gibt es Murray da draussen, unser Short Big Guy, der gesagt hat, ich habe 90% meiner Aktien veräußert. Das ist mir alles gerade kurz vor einem Crash. Ich kaufe dann unten nochmal ein. Könnte das der gleiche Fall sein? Aktuell kann ich diesen Move nicht wirklich nachvollziehen, denn es gibt ja auch nichts zu beängstigen. Es kann aber auch sein, dass es ein Ethereum-Maxi war, der gesagt hat, da bleibe ich nur drin, solange Proof of Work ist. Wenn es wechselt, dann geht das eh in die Hose. Und wenn er das dann auscashet und er hat das auf Binance, wie wird das funktionieren? Wie geht es dann dieser Börse? Das sind alles ein bisschen die Fragen, die man sich hier ein bisschen stellen sollte und natürlich einfach ein bisschen im Hinterkopf halten. Ja, und es wird natürlich auch Auswirkungen haben auf die komplette Markt kapitalisieren. Deshalb auch wichtig heute für uns. Und ja, er heisst Naruto, aber es ist wahrscheinlich nicht der Herr Naruto, den ihr gerade denkt. Die britische Inflation knackt die 10%-Marke. Ein unglaubliches Szenario. Man darf nicht vergessen, England hatte allgemein ein bisschen Probleme. Wenn man das Ganze mit Brexit anschaut, dann kam diese ganze Corona-Geschichte, jetzt mit der ganzen Bekämpfung der Inflation und so weiter und so fort, haben die es sicherlich nicht leicht. Das grösste Problem, was jetzt aber auf sie zukommt, ist nicht diese 1,75%-Zinserhöhung, die sie hier an den Tag gebracht haben, sondern es ist tatsächlich das, dass der Lohnsektor der öffentlichen Institutionellen massiv hinterherhinkt. Und genau da haben wir aktuell das Problem. England ist auch so ein Land, nicht ganz so extrem wie Frankreich, aber die fangen auch mal irgendwann an zu streiken. Und genau hier wird diese Thematik wahrscheinlich kommen. Man hatte vorkürzlich noch gesehen, wie die Bauern in Holland auf die Strasse gehen und gestreikt haben. Und wenn das natürlich hier in den öffentlichen Institutionellen passiert, dann sieht das hier nochmals erschreckender aus. Und liebe Freunde, das sind alles so ein bisschen Szenarien, Szenarien, die wirklich nochmals auf einen grösseren Crash hinausteuten. Das soll aber nur ein Hinweis sein und keine irgendwie, ich mache eine Angstmacherei daraus. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das versteht. Ich habe gestern gesagt, wenn die Staaten bei 0,1% bleiben, dann wird das ein neutraler Effekt sein. Wenn sie über 0,2% oder 0,3% kommen, dann wird es symbolisch sein. Jetzt hatten wir genau den unteren Fall, nämlich runter von 0,1% auf 0,8%. Also man hat revidiert und das ist ein negatives Zeichen im Einzelhandelsumsatz. Aus diesem Grund hat es auch zu unserem Rising Wedge gepasst, was wir vorbereitet haben und wir sind nach unten ausgebrochen. Ja, jetzt kommt natürlich eben das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt sehr, sehr viele Analysen. Habe ich auch gestern gesagt. Es gibt sehr viele, ich sage es mal, die nennen sich professionelle Analysen. Ob sie sind und ob sie das auch traden, kann ich nicht bestätigen. Fakt ist, sie sind in den Medien vertretbar, immer wieder öfters und aus diesem Grund geht man davon aus, dass sie professionell sind. Was ist daran jetzt Fakt? Fakt ist, dass es Leute gibt, die sagen, nee, wir sind kurz davor, einen gewissen Swing Trade zu machen, der uns wieder nach oben bekommt. Ich habe euch dazu ganz klar meine logorhythmische Analyse gezeigt, wie ich das sehe, auch mit dem Halving etc. Also da könnt ihr euch relativ gut daran orientieren. Gleichzeitig gibt es aber auch Analysen, die kommen und sagen, hey, nee, der Boden, der ist noch nicht erreicht. Das geht noch viel, viel tiefer. Und da möchte ich euch ein bisschen sagen, liebe Freunde, so einfach wie die das sagen, ist das nämlich gar nicht. Ja, weil dann braucht es natürlich viel, viel mehr fundamentale Daten, Fakten dazu. Und das ist wirklich wichtig. Eins ist etwas, das hat sich auch schon seit x Jahren bewährt. Umso länger eine Seitwärtskonsolidierung geht, umso weniger gross ist der Crash nach unten. Das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten bei 17.000 Ungrad, hatten wir einen Boden kurzfristig gefunden. Ich habe auch immer gesagt, das Worst-Case-Szenario liegt viel, viel tiefer. Das ist tatsächlich so. Aktuell liegen wir bei 5.000 US-Dollar. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit, dass man das ein bisschen genauer anschaut, ein bisschen genauer analysiert. Jetzt ist auch immer wieder die Frage, wie lange geht das denn noch mit der Inflationsbekämpfung? Wo ist der Pick? Wie wird das aussehen? Wieso soll der Crash denn noch kommen aus den SP500? Welche Firmen soll es dann jetzt aktuell noch lüpfen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, da stimme ich natürlich zu. Viele Firmen haben natürlich auch den Covid-19-Krediten entgegengenommen, dankend gesagt, ja, Geld nehme ich. Vergessen, dass man das wieder zurückbezahlen muss. Da gibt es natürlich sicherlich einige Sachen, die kommen. Aber meiner Meinung nach sind das nicht die Firmen, die in den SP500 vertreten sind. Aber der Dollar ist für uns auf jeden Fall ein wichtiger Indiz und das sehen wir hier. Der Dollar ist natürlich ein Indiz, der uns ein bisschen sagt, wie ist die Abwertung des Geldes aktuell und da kämpft man ja auch ein bisschen dagegen an. Und hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen was, das wir noch in der Chart-Analyse gemeinsam anschauen können. Dann habe ich mir erlaubt, nochmal ein bisschen die Wahlmap rauszuholen. Und wo sehen wir denn aktuell ein bisschen die Levels? Fakt ist wirklich, dass unterhalb der 19.000 Dollar praktisch keinen Support da liegt. Also das könnte wirklich ein relativ schneller Crash runtergehen auf die 15.000 Dollar, 13.000 Dollar und dann wird es dann wieder ein bisschen aufgefangen. Ja, und oberhalb haben wir aber gerade einen Widerstand bei 23.600. Also wir haben beide Möglichkeiten, die gerade ein bisschen härt sind. Der Widerstand oben bei 23.600 ist ein bisschen höher als der Support bei 19.000 Dollar. Aber nichtsdestotrotz kann sich das natürlich jederzeit wieder ein bisschen verschieben, wenn sich da neue Wahlen mitbeteiligen oder eben eine neue Strategie ausarbeiten. Aktuell hätte ich absolut nichts dagegen, wenn alles nach unten crashen würde. Bin ich ganz ehrlich, ja, da würde ich gerne natürlich die Hand öffnen und sagen, ja, schön, wir nehmen alles mit. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man sich mit diesen Datenfakten immer wieder auseinandersetzt und nichts aufs Spiel setzt. Es ist euer Geld da draussen, also überlegt gut, wie ihr investiert, ob ihr überhaupt tradet oder vielleicht einfach sinnvoll hudelt. Auch beide Sachen sind natürlich extrem wichtig. Ansonsten würde ich sagen, wir hüpfen jetzt ab in die Chartanalyse und prüfen mal sämtliche Levels. Und wir starten hier natürlich sofort im Vier-Stunden-Chart. Ich habe es auch gestern gesagt, wir haben hier wirklich ein Schulbuch-Rising-Vedge, also wirklich wunderschön in eine Konsolidierung. Wir sehen, wie wir nach unten ausbrechen. Wir haben die Attachments hinbekommen, richtig, richtig gut. Ich wurde übrigens von Skeptis hier schon mal liebe, liebe Grüße korrigiert. Er hatte recht, ich habe aus Versehen meine untere Trendlinie irgendwie angeschoben gehabt oder irgendwie umgeschoben gehabt und es sah aus, als hätten wir irgendwo hier ein Fake-Out gehabt. Ich habe es wieder korrigiert, danke dafür. Wurde natürlich angepasst. Nichtsdestotrotz kann es übrigens mal passieren, dass tatsächlich etwas, eine kleine Linie oder was auch immer, eine Lunte hier nach unten ausbricht. Das kann tatsächlich sein, wenn es ein Fake-Out ist. Dann darf man die Lunte tatsächlich abschneiden. Wenn nicht, sollte es man natürlich nicht tun. Es gibt aber auch Analysten, die gehen nur auf Closest, auf die Closest. Ich für meinen Teil übernehme halt die Lunte und die Dolche, weil eben auch die Fibonacci danach gerichtet ist und es für mich daher aus diesem Grund viel, viel einfacher ist, den ganzen Chart zu verstehen. Ich bin damit erfolgreich, aber jeder muss seinen eigenen Weg relativ hier finden. So, jetzt, was haben wir? Wir wissen, dass wir bei 23.600, also plus, minus beim 0,618 haben wir einen relativ starken Widerstand. Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir hier unten bei 19.000 Dollar und das kommt plus, minus auf ein Double Bottom hin hier, wo wir die erste Berührung auf der unteren Trendlinie beim Rising wettschatten. Also, diese beiden Fakten sind sehr, sehr wichtig. Was aber extrem wichtig ist, wir haben nach oben mehrere Widerstände, weitere Widerstände, der Bären. Das bedeutet, die Bären, wir sind im Bärenmarkt, wir haben ein bärisches Pattern und wir sehen, die Widerstände der Bären in der Warme sind weiterhin vorhanden. Also, wir haben hier ganz klare Schwierigkeiten, nach oben zu kommen. Wenn jetzt also Leute auf dem Markt Bullisch rein, dann muss ich sagen, Leute, macht zuerst die Hausaufgaben, prüft zuerst, wieso das überhaupt Bullisch sein kann und was ist dann überhaupt gegen das Bullische. Wichtig ist, wenn du erfolgreich traden willst, dann darfst du weder ein Bull sein noch ein Bär. Du musst zwischen den beiden Flanken hin und her schwanken, damit du eben erfolgreich traden kannst. Du musst das Spiel aber beider Seiten verstehen, sonst wirst du niemals erfolgreich sein. Wenn du aber erfolgreich sein willst, darfst du natürlich sehr, sehr gerne bei uns ins Coaching kommen. Dazu kannst du gerne bei uns in die kostenlose Telegram-Gruppe kommen, die in Apropos die mit Abstand seriöseste Gruppe im deutschsprachigen Bereich ist. Also sehr, sehr gerne vorbeikommen und mit mir ein bisschen quatschen. Ja, also ich habe hier ganz klar gesagt, die wichtigsten Levels für mich im TP sind die TP2 und TP4. Dieses TP2 haben wir bereits abgeholt, also diejenigen, die das auch getradet haben, gratuliere ich euch schon mal. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, wir sind jetzt hier genau in einer sehr, sehr schwierigen Lage und das ist nicht ungelogen, das ist eine reine Tatsache. Wir wissen aber eben, dass wir bei 23.600 einen eher stärkeren Widerstand haben. Fakt aber ist, dass wir hier zwischen der 300 und der 200 EMA aktuell uns ein bisschen bewegen und das kann natürlich aktuell ein bisschen schwierig sein, denn wenn die EMA 200 von unten die EMA 300 übertrifft, dann gibt es einen Kurzfristiger, haben wir bei Eferum auch gesehen, ein Kurzfristiger Swap nach oben. Und was ebenfalls extrem wichtig ist, ist, dass wir den Blick auf die J-Rim haben, denn hier hat das Flippening bereits durchbrochen, es ist noch nicht rum, aber wir haben den Cross angefangen und das ist ein CC Bayerischer Cross. Also dieser Cross bestätigt aktuell die Route nach unten. Das hier, die Annäherung der 200 und 300er kann unter anderem dazu führen, dass es einige Shorts liquidiert werden, wenn hier ein schneller Anstoss nach oben kommt, denn das kann tatsächlich passieren, wenn diese beiden flippen. Das ist immer nur eine kurzfristige Geschichte, also nichts langfristiges, aber darauf solltet ihr immer wieder ein bisschen achten. So, also diese Fakten sind ganz wichtig. Ich habe euch aber auch gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, diesen TP4 mitzunehmen, zu prüfen, da haben wir ebenfalls einen doppelten Boden. Hier sehen wir, dann hätten wir hier ebenfalls einen doppelten Boden und würde uns auch nochmal nach unten respektive wieder zurück, nach oben bringen. Das wäre dann ungefähr bei 22.700. Auch da gibt es einen kleinen Support auf der Map. Nichtsdestotrotz müsst ihr euch darauf vorbereiten, dass euer Risk Management so weit vorbereitet ist, dass ihr gegen unten dementsprechend abgesichert seid, mal sicher bis zu diesem doppelten Boden bei 19.000 Dollar, da aber mit Riesengefahr. Wenn sich die Bären hier aufkumulieren, wie in einer Lawine, dann werdet ihr das nicht hinbekommen, diesen Support hier halten zu können, dann wird er durchbrochen und dann fällt es relativ schnell. Denkt daran, wir hatten auch schon im 4. Dezember solche Geschichten, wo viele gedacht haben, das passiert schon, geht nicht weiter runter, doch eben kann es weiter nach unten geben. Und was wir eben auch noch haben, ist natürlich auch dieses Level, das wären dann eben diese 17.600 Dollar, auch hier doppelter Boden, das wäre dann für das W, wo wir gesehen haben im Daily, auch hier sehr interessant, kann natürlich dann ein spannendes W werden. Also aktuell für mich immer noch eher bärisch als Bullisch, also eher hier runter, nach oben, das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Hier noch einmal diesen Support sehen wir aktuell nicht in der Wallmap, ganz ganz wichtig. Wir sehen aktuell nur diese 19.000 Dollar, aber nichtsdestotrotz kann es relativ schnell kommen, sobald man hier weiter runter bricht, werden sich auch die Wale dementsprechend neu aufstellen. Ich rechne mit einem relativ starken Support sogar darauf, weil es ein interessanter doppelter Boden ist für professionelle Anleger, den eben auch zu traden. Da kommt natürlich auch was massives Volumen. Gut, da muss man weiterhin auch das Volumenprofil anschauen, wenn wir gerade vom Volumen reden, dann machen wir das wieder ein bisschen grösser hier, ziehen wir das ein bisschen zusammen. Hier habe ich euch gestern schon gewarnt, passt auf, das sieht nach einer Flinte aus, wir hatten ja hier dieser Anstieg um 6 Uhr morgens, ging der natürlich noch hoch bis 10 Uhr, ich habe euch gesagt, passt auf, das stimmt nicht, wir haben hier ganz klar ein stagnierendes Volumen, also das geht immer noch weiter nach unten, das wird auch weiterhin so bleiben, meiner Meinung nach, also hier könnt ihr ja hier weiterhin auch die Augen offen halten. Das Einzige, wo man hier noch ein bisschen prüfen muss, ist die kurzfristige und die langfristige, die habe ich euch gestern auch schon gesagt, die ist wirklich ein bisschen kurz davor zu crossen, jetzt auch die langfristige, die in die bärische Hälfte hineintaucht, auch das ist möglich, wir sind aber von der RSI her noch lange nicht in der Longzone, also hier sollten wir schon noch ein bisschen runter kommen, um eben da reinzukommen, ich habe für mich fürs Copy Trading, wo ihr bei mir natürlich mitmachen könnt, aktuell gerade beides eröffnet, ich habe einen Long, wie aber auch einen Short eröffnet und das aus diesem Grund, weil ich natürlich an den Short weiterhin glaube, dass wir hier nach unten fallen und gleichzeitig aber mit einem vielleicht kurzen hoch, auf einem gewissen Retest auf die 23.600 rechne und das dann wieder abgelehnt wird und wieder nach unten droppt. Das sind so ein bisschen meine Gedanken für die kurzfristigen Trades, langfristige Trades haben wir ja beim Academy immer noch offen, da werden wir wahrscheinlich dann sobald diese Phase hier abgeschlossen ist, werden wir natürlich anfangen zu Kampagnen, sollten wir weiter oder tiefer als unser Einstieg fallen, dann werden wir natürlich den Trade aufkumulieren. So, das ist unser Gedanke, wir wollen da den Swing mitnehmen, ein wunderschöner Swing machen und ansonsten gibt es ja nicht viel zu sagen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass gerne einen Daumen da, wenn du mich sympathisch findest, lass gerne ein Abo da und und wenn du mit mir quatschen willst, dann schreib in die Kommentare oder komm zu uns in die Telegram-Gruppe. Ich würde mich natürlich freuen, ansonsten sage ich Tschüss aus der Schweiz, bleib gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.